hallo meine freunde und herzlich willkommen zu der neuen folge ravenport so ich bin hier noch ein bisschen auf der karte unterwegs hätte gesagt ich will mal schauen wegen einer wiese wo wir vielleicht darauf hinsparen können ist aber tatsächlich problematischer als befürchtet also ja die einzigen felder die erstmal in frage kämen weil sie noch finanzierbar sind wobei das hier nicht mit 213.000 wären hier 14 15 und 16 das kostet 100.000 126 137.000 sind natürlich auch ultra weit weg und gerade für eine wiese wo man mehr werken muss mit dem zeta eventuell mit dem schwader mit dem ladewagen da vier mal hinfahren ist schon ganz schön hart ich habe auch geguckt aber hier oben ist halt auch überall irgendwie dann so wald und so ein kram und also dieses stück aber da haben wir nicht viel wiese bei da bin ich eben schon mal dran vorbeigelaufen also das lohnt sich nicht wirklich ja würde ich mal behaupten wir haben ein problem was wiese angeht die hier unten werden sogar tatsächlich noch teurer weil die parzelle an sich größer ist das macht halt auch nicht besser da müssen wir mal schauen dass wir eventuell ja eventuell dass wir feld 1 letzten endes irgendwann zu einer wiese umfunktionen damit wir sie noch halbwegs in der nähe haben und wir uns ein anderes feld hier unten kaufen müssen ersatzweise ja ist es halt echt weil wir brauchen ja für unsere pferde brauchen wir gras war das so brauchen die pferde gras ich gucke hier noch mal eben dreien händler blablabla so stopp längst dann vorbei pferde heu und hafer pferde brauchen gar kein gras aber wir haben wir haben kein heu das ist gerade unser problem wir haben und und gras im bunker das haben wir hier drin knapp 200.000 liter haben aber kein heu wo bekommen wir jetzt heu her wobei naja ein bisschen könnten wir hier mal lang mähen ne kommt zwar nicht viel bei rum aber für das erste würde es vielleicht erstmal reichen hoffe ich das könnten wir eventuell damit wir uns die pferde leisten können ich hätte gerne wirklich gerne die pferde so aber wir kümmern uns jetzt mal um das wichtige und zwar dass wir mal hier unser tank wieder auffüllen und dann das feld 1 weitermachen schnappen wir uns jetzt schnell den kalkstreuer was und geht das jetzt hier nicht weiter oder ach so da war der tank aber nur leer jetzt habe ich es kapiert alles klar da müssen wir einmal feld 1 kalten dafür brauchen wir den johnny so haben wir runter abhängen so dann können wir erst mal stehen lassen weil sind die handbremsen angezogen ich weiß gar nicht warum wer macht denn sowas kalten haben wir schon ewig nicht mehr gemacht hier auf der karte geht ja auch bei dem kleinen feld ziemlich zügig machen müssen wir nicht dann drumherum schnappen dann schnappen wir uns die seemaschine und hauen da hafer mal drauf das wird auch schon wieder gegen abend das auch nicht schick aber wir haben ja zum einsehen dürfte es noch reichen dass wir danach vielleicht schlafen gehen können so direkt wieder stoppen das war zu weit vom rand weg so breit streut er dann halt doch nicht so fahre ich jetzt aber das müsste hinkommen ja verteilen wir mal den guten schnee auf dem feld ja hier zwischen ist halt auch nicht wirklich was los wo hat mähen können wir hätten hätten vielleicht tatsächlich bevor die wiese hier rausgerissen haben noch mal noch ein zweites mal mähen sollen und einmal heu machen ja egal habe ich habe ich nicht daran gedacht dass wir vielleicht beides mal brauchen oder ob wir dann vielleicht doch wobei kühe brauchen auch heu die wollen ja auch heu fressen im kraftfutter oder lässt sich das mit durch gras ersetzen das ich habe das gar nicht mehr auf dem schirm nehmen man musste stroh heu und silage mischen ich glaube mit gras ging das nicht schade eigentlich sehr schade mit silage was ja sonst öfter mal das problem ist aufgrund von ja kosten der fahrzeuge oder so hätten wir jetzt nicht unbedingt das problem weil wir einfach ein bisschen gras aus unserem schuppen in den bunker klatschen können dann hätten wir auf jeden fall schon mal die lage am start aber ohne kühe brauchen wir das noch nicht anfertigen und dann liegt das da halt rum und ja würde ich tatsächlich erst dann in angriff nehmen wenn wir wirklich ja die kühe vor uns haben mehr oder weniger oder zumindest der steil schon mal steht ja das ist jetzt halt jetzt wird es langsam kompliziert weil wir halt auch nur diese drei felder haben und wir hier oben in einer ja ziemlich beschissen ecke eigentlich sind ich fand die ecke eigentlich relativ cool wegen der drei felder dachte mir ja das ist ein schönes plätzchen hier kann man sich ein schönes schönes hof hinbauen ja aber nicht nicht weit genug gedacht dass wir irgendwann auch mal weitere felder brauchen jetzt können wir natürlich sehr eintönig sagen ja wir machen weiter soja komplett alle drei felder um kohle zu machen und kohle machen kohle machen kohle machen dass wir uns ein großes felder unter uns leisten können hier vier oder fünf was wir dann bewirtschaften können das war halt also wie gesagt ich gehe von aus wie dass wir uns im besten fall wirklich die 1 hier zu einer wiese machen sollten die ist auch dann mehr als ausreichend groß denke ich wenn wir da jedes mal so 200.000 liter raus bekommen ist das doch glaube ich schon ganz ordentlich ja vor allem brauchen wir auch noch die fahrzeuge dazu das kommt ja auch noch erschreckender weise hinzu wir brauchen die mehlwerke und so also geld brauchen wir eigentlich noch unmengen wirkliche unmengen wir können ja mal zur abwechslung da stehen ja schon ein paar paletten wolle cool das reicht hier ja unmengen an wolle auch nicht eine habe ich zur seite geschoben ne zwei paletten waren das die ich durchgeschoben habe das heißt vier stück hätten wir komplett voll ich weiß nicht sind da 2000 4000 oder nur 1000 liter drin die haben das ja glaube ich ein bisschen umgeändert könnten wir noch ein bisschen wolle verticken wobei ich glaube wirklich reich macht uns das dann jetzt auch nicht und ich hätte auch gerade noch gar keinen wagen wo wir mit das äh womit wir das wegfahren können weil da stehen ja immer noch unsere IBCs drauf ja läuft anders als ich es mal ursprünglich geplant habe irgendwie es läuft chaotischer ich dachte ich mache hier so einen richtig schönen ruhigen draus aber das klappt nie bei mir komischerweise ja richtig das genau das wollte ich so der düngestreuer muss glaube ich hier wieder hin richtig okay vorwärts bitte dann krallen wir uns die sehmaschine jetzt und hauen da hauen wir jetzt wirklich hafer drauf wobei wir auch naja das ist auch Bullshit weil wir haben immer noch keinen Ladewagen um unser Stroh aufzunehmen den müssen wir uns auch erst noch kaufen das macht ja also eigentlich auch noch gar keinen Sinn also den könnten wir uns jetzt schon leisten das wäre jetzt glaube ich nicht so das große Problem aber ob uns das bringt uns ja zu nichts weil Stroh noch haben wir es nicht wo wir es verwenden können jetzt ein Ladewagen wir sollten ich glaube wir sollten wirklich jetzt Soja machen und auf dem Feld sparen ich glaube alles andere wäre jetzt absolut unnötig es würde uns halt alles nicht weiter bringen so senken und los geht's ja machen wir Soja was wollen wir sonst machen und ich glaube wenn wir ein bisschen straight durchziehen dürfte das gar nicht so lange dauern wobei ich überlege gerade ob wir vielleicht doch ein bisschen Silage machen und die auch verticken Silage bringt nochmal gutes Geld an und für sich dafür dass wir einfach nur ein bisschen Gras umlagern von unserem Schuppen in den Bunker das wäre eventuell noch eine Alternative um mal eben halbwegs schnelles Geld zu machen so wie komme ich jetzt auf das Feld ohne etwas kaputt zu fahren passt gerade so das können wir tatsächlich mal in Angriff nehmen dann nehmen wir die 97.000 Liter oder die wir jetzt noch haben und machen daraus mal Silage eine Schaufel haben wir ums hinterher okay das wird eine ordentliche Schaufelei mit der 1.000 Liter Schaufel die wir zur Verfügung haben aber seitdem ich Eurotruck Simulator spiele ähm habe ich Probleme mit der Bremse weil ich im Eurotruck Simulator das richtige Bremspedal benutze und hier im LS halt eigentlich oder das eigentliche Kupplungspedal weil sich das hier ein bisschen feiner steuern lässt obwohl da wir ja ähm mittlerweile ich könnte das eigentlich mal wieder umändern ich hatte das ja ursprünglich gemacht wegen rückwärts fahren weil ich halt mit dem Kupplungspedal es hat ähm eine sehr ähnliche oder ist sehr ähnlich mit dem Gaspedal also schön fein justierbar währenddessen das Bremspedal einen ziemlich starken Widerstand hat wo das mit dem Rückwärtsfahren sehr merkwürdig war also man hat mal ähm nicht diese feine Justierung gehabt und ist sehr schnell rückwärts gefahren jetzt fahren wir ja wieder mit unserer Wendeschaltung na so juckt heute jetzt könnte ich das eigentlich mal wieder umstellen dann habe ich auch nicht mehr das Problem das werde ich mal nach der Aufnahme machen bleibt heute auch erstmal bei den beiden Aufnahmen den Rest mache ich nämlich dann morgen fertig weil heute ist Sonntag wie gesagt wo ich aufnehme sprich für euch gestern und da ist eigentlich immer so ein bisschen computerfreier Tag bei mir ja aber dann nehmen wir das auf jeden Fall mal für die nächste Folge ins Auge dass wir dass wir Silage basteln und die können wir auch noch zusätzlich verticken so jetzt wird es aber hier schlagartig dunkel gefällt mir schon wieder gar nicht ich sehe aber auch wir sind schon wieder wir sind schon wieder bei 15 Minuten dann kann ich eigentlich auch noch eine zweite noch eine dritte Folge aufnehmen jetzt ich hatte jetzt eingeplant eigentlich mit dem Feld fertig zu werden weil man schafft nichts in 15 Minuten man schafft einfach nichts ich weiß nicht warum wenn ich mir andere Videos angucke und die nur so 15 Minuten gehen denke ich mir so boah was die alle schaffen und wenn ich dann selber hier aufnehme dann sitze ich hier jedes Mal und denke so ja Trecker angemacht 15 Minuten um schön das ist Wahnsinn irgendwie einfach nur Wahnsinn ja komm dann hauen wir jetzt noch eine dritte Folge gleich einen Anschluss hinterher machen wir hier für heute erstmal Feierabend ähm sehen wir hier morgen den Rest noch ein alles klar ich bedanke mich wieder ganz herzlich fürs Einschalten und Zuschauen lasst ein paar Kommentare da wenn ihr irgendwas Interessantes habt Fragen, Anregungen oder wie auch immer gerne auch ein Däumchen würde ich mich riesig drüber freuen und wir sehen uns morgen wieder bis dahin reingehauen dann